Servus Leute, Raze am Start mit einem neuen Black Ops 3 Video für euch und zwar zeige ich euch heute wieder mal neue Informationen über die neue DLC Map der Eisendrache. Und zwar, wie schon in meinem ersten Video gesagt, der Eisendrache wird die neue DLC Map, also die DLC Zombie Map für Black Ops 3 werden. Wenn ihr ein paar Informationen darüber sehen wollt, verlinke ich euch das erste Video in der Beschreibung und ihr könnt auch auf meinem Kanal vorbeischauen. Kommen wir nun aber zu den neuen Informationen und zwar gibt es da ein paar Storyline Links, also die Story ist ein bisschen komplizierter. Und zwar haben wir ja ein neues Bild bekommen, es ist etwas breiter und was sehen wir? Wir sehen genau drei Raketen. Eine, die wir schon am ersten Bild gesehen haben, hier ganz hinten rechts, dann etwas weiter rechts vorne die zweite Rakete und ganz vorne sehen wir die Spitze der dritten Rakete. Und wenn ihr ganz hinten schaut, seht ihr ein klein bisschen rechts neben der ersten Rakete, seht ihr so eine Abschussstation für eine vierte Rakete. Das heißt, es sind insgesamt vier Raketen und eine davon wurde schon abgeschossen. So, wenn wir uns ein bisschen zurückdenken, Raketen abschießen, da gibt es eigentlich nur zwei Maps, die wirklich in Frage kommen und das ist Ascension und Moon von Black Ops 1. Wie ich schon im ersten Video erwähnt habe, haben wir gedacht, die Map hat einen Zusammenhang mit Ascension, weil Ascension ja auch drei so Raketen hatte im Loading Screen. Aber, wenn wir jetzt genauer drüber nachdenken, wir haben vier Raketen und eine ist schon abgefeuert. Das heißt, denken wir uns mal Moon, das Moon Easter Egg. Für die, die es nicht kennen, ihr macht eben das Easter Egg und dann zerstört ihr die Erde mit genau drei Raketen. Vielleicht sehen ein paar schon den Zusammenhang. Wir haben hier drei Raketen, die noch nicht abgeschossen sind und in Moon haben wir drei Raketen abgeschossen. Das kann jetzt natürlich ein Zufall sein oder auch ein Zusammenhang sein, wie man das eben sehen will. Aber das sind ja derzeit nur Theorien eigentlich. Also man kann noch nichts wirklich sagen. Also ich spekuliere halt schon drüber, was sein könnte, damit ich euch Informationen gebe, die ich schon herausgefunden habe. Also nicht ich direkt, sondern auch durch andere YouTuber, Twitter, Facebook und die ganzen und auch in den Kommentaren von ein paar Videos. Also ich habe mir einfach da Informationen zusammengesucht und gebe dir jetzt einfach alle in ein Video, damit ihr auch ein bisschen darüber informiert werdet. Was noch ziemlich interessant ist, ist, dass dieses Gebäude, also diese Burg, früher mal eine Nazi-Schule war. Das heißt, die höheren Angehörigen der Nazis haben dort eben eine Schule gehabt und wurden da anscheinend unterrichtet. Dann möchte ich euch noch etwas über die Story erzählen und zwar gab es einmal ein Interview mit einem Treyarch-Mitarbeiter, ich weiß nicht, ich glaube Jason hat der geheißen oder so. Und der hat deutlich gesagt, dass wir mit den DLCs auch immer und mit der Zeit, also mit den Zeit und mit den DLCs, dass wir immer mehr die Lücken, die wir in Black Ops 1 in den Stories gesehen haben, dass wir diese Lücken eben mit Black Ops 3 schließen. Das heißt, wie soll ich sagen, wir bringen eigentlich Black Ops 1, die Story, so wirklich zur Vollendung. Und das kann man sehr, sehr schön auf Shadows of Evil sehen, weil Shadows of Evil hat Zusammenhänge mit Mob of the Dead und Origins. Also das ist sehr interessant und wir haben noch Black Ops 3 auf der Multiplayer-Map oder auf der Giant-Loading-Screen haben wir so Ausschnitte, also Bilder der Wavegun in Black Ops 1. Also da haben wir so das blaue Plakat eben von der Wavegun an der Wand hängen, zum Beispiel auf der Multiplayer-Map Combine, ja genau, Combine. Wenn ihr in dem einen Spawn seid und eben in das Gebäude hineingeht, dann seht ihr dort eine blaue Skizze oder Zeichnung sehen und das ist eben die Wavegun. Dann noch eine kleine Information, wann dieses DLC-Pack hinauskommt. Es ist anscheinend so, dass es Ende Jänner rauskommen wird. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass der Trailer Anfang Jänner kommen wird, also so gegen 10. Jänner habe ich gelesen, aber da würde ich mich jetzt nicht zu sehr darauf fixieren. Es kann auch sein, dass wir dieses Jahr noch diesen Trailer kriegen und das wäre natürlich ziemlich geil. So, das war es aber wieder mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und vergesst das Video bitte nicht zu bewerten. Und wenn ihr immer auf den neuesten Stand sein wollt und Tipps für Black Ops 3 Zombie oder andere Sachen über Black Ops 3 Zombie wissen wollt, dann abonniert mich für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!